Adrian kümmert sich mehr um Fließgewässer. Sie haben zuerst das Wort. Die Dolmetscherin bittet um Entschuldigung, ich habe keinen Ton. Ah, jetzt. Jetzt kommt der Ton, aber ich habe den Faden erstmal verloren. Zunächst einmal, ist es die Temperatur des Tiefwassers der Seen oder die Temperatur des Oberflächengewässers oder die mittleren Sommertemperaturen in alpinen Flüssen? Welche der folgenden Temperaturen erhöht sich voraussichtlich ohne Klimaschutz bis Ende des Jahres am stärksten? Wir werden zunächst über die Temperaturen sprechen. Wir haben viel über Abfluss gesprochen. Jetzt werden wir sehen, warum die Temperatur auch eine interessante Variable ist. Dann werden wir uns mit den Veränderungen der Fließgewässertemperatur in der Vergangenheit beschäftigen und dann mit den erwarteten Entwicklungen für Fließgewässer und Grundwasser. Dann wird Martin Schmidt über Seen sprechen und dann werden wir ein kurzes Fazit ziehen. Warum ist die Temperatur des Wassers so wichtig? Zunächst einmal, weil alle Ökosysteme, Fauna und Flora erhängen von ihrem Lebensraum ab. Das wird im Detail betrachtet in der folgenden Präsentation. Zweitens, die Temperatur ist natürlich auch wichtig für die Chemie des Wassers, wenn wir an das Grundwasser denken. Die Temperatur hat einen Einfluss auf die Wasserqualität, die dann unser Trinkwasser wird. Die Industrie in der Schweiz nutzt auch das Gewässer zur Kühlung zum Beispiel. Die Kraftwerke werden gekühlt durch die Flüsse in der Schweiz. Das heißt, die Erhöhung der Temperatur wird einen Einfluss haben auf die Industrie. Was die Seen angeht, so haben die Seen der Schweiz verschiedene Mischungsregime, die von der Temperatur abhängen. Und Temperaturveränderungen werden einen Einfluss haben auf das Mischungsregime unserer Seen. Zunächst, dann haben wir bei der Temperatur wenige Mittel zur Schadensbegrenzung. Das heißt, wir können es kaum verhindern, dass die Wassertemperatur sich erhöht, wenn die Lufttemperatur sich erhöht. Wie sah es in der Vergangenheit aus? Wir haben uns mit den Messstationen der Schweiz beschäftigt. Wir haben vier große Flussfamilien. In grün die Flüsse unterhalb von Mittelland und Alpenrandseen. In orange Flüsse und Bäche im Mittelland und Jura. In blau Flüsse mit alpinem Einzugsgebiet. Und in grau Flüsse mit ausgeprägtem Schwalzunk. Das sind viele alpine Flüsse. Wenn wir uns die Temperaturentwicklung über die letzten 50 Jahre anschauen, so sieht man eine ganz klare lineare Entwicklung um etwa 0,3 Grad im Jahrzehnt seit 1970. Das heißt, insgesamt sind wir bei 1,5 Grad Erhöhung. Diese Erhöhung ist eher im Sommer zu verzeichnen. Ein halbes Grad pro Jahrzehnt ist zu verzeichnen. Und etwas weniger im Winter, wo wir 0,2 Grad Temperaturerhöhung pro Jahrzehnt. Wenn wir uns die verschiedenen Flussfamilien anschauen, so sieht man, dass wir auf der einen Seite die Flüsse des Mittellands haben, mit oder ohne See. Die haben eine Temperatur, die sich schneller erhöht, um 0,4 Grad pro Dekade im Mittel. Das zeigt, dass die Seen letztendlich nicht so einen großen Einfluss haben. Wir könnten erwarten, dass sie diese Wassertemperaturerhöhung verlangsamen oder beschleunigen. Das kann man aber nicht wirklich feststellen. Diese 0,4 Grad pro Jahrzehnt sind schon spürbar. Insbesondere während der heißen Sommer. Im Sommer 2018 beispielsweise, der sehr heiß war, haben wir eine Übermortalität bei vielen Fischfamilien auf der einen Seite. Und andererseits ist es so, dass die Kraftwerke, zum Beispiel Mühleberg, eine reduzierte Leistung hervorbringen können, weil das Wasser aus der Ahr zu warm war, um die Kühlung zu gewährleisten. Bei den alpinen Einzugsgebieten ist die Erwärmung weniger ausgeprägt. Warum? Zwei Annahmen sind da zu machen. Mit der Schmelze der Gletscher hängt das zusammen. Im Sommer wird es mehr Schmelze geben. Das heißt, mehr kaltes Wasser, das in das System eindringt. In den alpinen Gebieten haben wir die Schneedecke und die Gletscher, die als Isolierungsmittel fungieren, sozusagen. Das heißt, der Boden ist weniger empfänglich für die Lufterwärmung. Wie Massimiliano es heute Morgen gezeigt hat, ist es jedoch so, dass die Gletscher fast verschwinden werden, vor allem ohne Klimaschutzmaßnahmen, bis Ende des Jahrhunderts. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie lange wir diesen Schutzeffekt in den alpinen Einzugsgebieten haben werden. Wie sieht es nun für die Zukunft aus? Da haben wir verschiedene Simulierungen gemacht. Als Jahresmittel gibt es keinen großen Unterschied zwischen den Einzugsgebieten aus dem Mittelland und aus den Alpinen. Man kann sehen, dass es da eine Angleichung geben wird. Mit Klimaschutzmaßnahmen wird die Erwärmung 1 Grad bis Ende des Jahrhunderts betragen. Ohne Klimaschutzmaßnahmen haben wir zwischen 3 und 4 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts. Wie sieht es jetzt saisonal aus? Da gibt es einen starken Unterschied zwischen den Einzugsgebieten aus dem Mittelland und aus den alpinen Regionen. Im Mittelland haben wir eine ausgeprägtere Erwärmung im Sommer, mehr als 4 Grad. Und im Winter haben wir das ja bereits gesehen. In den alpinen Einzugsgebieten ist die Situation ganz anders. Im Winter gibt es eine sehr schwache Erwärmung, quasi keine. Warum? Weil in den alpinen Regionen die Luft im Winter bei 0 Grad liegt. Und selbst wenn wir von minus 8 auf minus 3 kommen, bleiben wir unter 0. Und das flüssige Wasser ist sowieso über 0 Grad. Das heißt, es ist weniger empfänglich für diese Lufttemperaturerhöhung im Winter. Aber im Sommer gibt es eine viel ausgeprägtere Erhöhung in den alpinen Einzugsgebieten. Bis Ende des Jahrhunderts kann man sogar bis plus 6 Grad erreichen oder plus 8 Grad in bestimmten extremen Sommern. Das heißt, das ist viel höher als die Erwärmung, die für die Lufttemperatur erwartet wird. Warum? Die Annahme ist die gleiche wie zu Beginn. Bei der Gletscherschmelze verliert der Boden an Dämmung. Das heißt, es wird weniger kaltes Wasser in dem System im Sommer geben. Und wie wir es vorhin gesehen haben, bei den Abflussmengen wird es eine Änderung geben in den alpinen Regionen. Im Moment haben wir hohe Abflüsse im Sommer in den alpinen Gebieten. Das wird jetzt eher im Frühling sein. Das heißt, wir werden weniger Abfluss im Sommer haben. Und das Wasser ist viel empfindlicher auf die Lufttemperatur. Und deswegen eine starke Erwärmung in den alpinen Einzugsgebieten. Wenn wir uns jetzt mit den Folgen dieser Erwärmung beschäftigen, so haben wir einen Indikator der Anzahl an Tagen im Jahr, wo die Temperatur über 25 Grad ist. 25 Grad ist in der Schweiz die Grenze, bei der man das Wasser zu Kühlungszwecken benutzen kann, ohne Einschränkungen. Wenn wir uns die Birs anschauen im Nordosten der Schweiz, wir waren bis jetzt in der Geschichte nie über 20 Grad gekommen. Mit Klimaschutzmaßnahmen wird es auch so bleiben. Aber ohne Klimaschutzmaßnahmen wird es so sein, dass wir bis Ende des Jahrhunderts 10 Tage im Jahr im Durchschnitt haben, wo wir diese Grenze überschreiten. Und in manchen Sommern 45 Tage, also anderthalb Monate, wo die Temperatur über dieser Grenze liegt und das Wasser nicht mehr genutzt werden kann. Wenn wir uns die Bror anschauen, wo das Wasser per se wärmer ist als in der Birs, haben wir bereits jetzt diese Situation. In manchen Jahren haben wir 15 Tage über dieser Grenze und mit Klimaschutz wird sich das erhöhen. Ohne Klimaschutzmaßnahmen werden wir im Durchschnitt anderthalb Monate im Jahr über dieser Grenze haben und in manchen Jahren sogar zwei Monate. Das ist eine Annahme, die natürlich schwere Auswirkungen hat auf die Nutzung dieses Wassers zu Kühlungsträgen. Welche sind nun die Auswirkungen auf das Grundwasser und auf dessen Temperatur? Wir haben es vorhin gesehen. Wir haben zurzeit etwas mehr Niederschlägen im Winter als im Sommer. Und im Winter haben wir also mehr Versickern von kaltem Wasser und im Sommer warmes Wasser, das in das System eindringt. Also viel mehr Wärme im Sommer. Durch den Klimawandel werden wir jetzt viel mehr Niederschläge im Winter haben und viel weniger im Sommer. Das heißt, dass wir im Winter Wassereinträge haben, das haben wir vorhin gesehen, mehr Versickern im Winter. Das heißt, kaltes Wasser dringt in das System ein im Winter und in den Sommermonaten, obwohl das Wasser wärmer ist, gibt es kaum noch weitere Einträge. Es gibt viel weniger Abflüsse in den Gewässern, das heißt, fast keinen Eintrag an Wärme in das System im Sommer. Was hat das für Auswirkungen? Soweit wir das bis jetzt wissen, wird das keinen großen Einfluss haben auf die Temperatur des Grundwassers haben. Das war es für das Oberflächengewässer. Jetzt gebe ich meinem Kollegen Martin Schmidt das Wort, der über die Seen sprechen wird. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Merci Adrien für l'Introduktion. Ich werde nun von den Flissgewässern und dem Grundwasser zu den Seen übergehen. Die Seen haben ihr eigenes Klima, das Mischungsregime. Sie sehen hier beispielsweise das Mischungsregime des St. Moritzer Sees. Im Sommer ist der See geschichtet. Sie haben da warmes Wasser in der Oberfläche. Die obersten 5 bis 10 Metern sind vielleicht im St. Moritzer See etwa 15 bis 20 Grad warm. In Seen im Mittelland können sie 20 bis 25 Grad warm werden. Im Winter werden die Seen abgekühlt. Es gibt hier hauptsächlich zwei verschiedene Typen von Seen in der Schweiz. Es gibt die timiktischen Seen, die im Winter unterhalb von 4 Grad abkühlen und die sich zweimal im Jahr mischen. Sie mischen sich im Spätherbst und im Frühjahr. Dazwischen können sie eisbedeckt sein. Dann gibt es die monomiktischen Seen, beispielsweise der Untersee vom Bodensee, der hier gezeigt ist. Aber die meisten tiefen Seen im Mittelland gehören zu diesem Typ. Diese mischen sich einmal im Jahr. Dieses Mischungsregime ist das Klima für die Lebewesen im See. Sie haben sich an dieses Klima gewöhnt und sind davon abhängig. Wir haben nun im Projekt Hydro-CH 2018 für 29 Seen und Seebecken in der Schweiz berechnet, wie sich dieses Seeklima in Zukunft verändern wird. In Abhängigkeit von den Klimaszenarien. Ein wärmeres Klima kann dazu führen, dass Seen, die heutzutage timiktisch sind, später in Zukunft monomiktisch werden. Dass sie sich also nur noch einmal im Jahr mischen, wenn sie sich heute zweimal pro Jahr mischen. Hier sehen Sie als Beispiel die Ergebnisse unserer Berechnungen für den Lac de Joux. Der Lac de Joux ist heute normalerweise im Winter eisbedeckt und im Sommer während vielleicht fünf bis sechs Monaten geschichtet. In Zukunft ohne Klimaschutz gehen wir davon aus, dass die Eisbedeckung im Winter vollständig verschwinden wird oder nur noch in einzelnen sehr kalten Jahren auftauchen wird und dass die Sommerschichtung ein bis zwei Monate länger sein wird. Mit Klimaschutz wird der Lac de Joux auch in Zukunft in vielen Jahren noch im Winter eisbedeckt sein. Das Mischungsregime in den Seen ist bestimmten Lebensraum für die Tiere in den Seen. Hier am Beispiel für die kälteliebenden Fische. Ich zeige Ihnen hier zum Beispiel die Temperaturen im Greifensee. Diese sind im Sommer an der Oberfläche zu warm für kälteliebende Fische. Das ist bereits heute der Fall. Und unterhalb dieser Linie, der schwarzen Linie, die hier dargestellt ist im Bild, ist es den Fischen zu warm. Oberhalb dieser Linie meine ich. Die Fische haben aber im See die Möglichkeit, nach unten auszuweichen, wo das Wasser kühler ist. Nur dort haben sie ein anderes Problem. Denn im Sommer wird im tiefen Wasser der Sauerstoff aufgebraucht. Und gegen Ende des Sommers und im Herbst hat es dort zu wenig Sauerstoff. Das heisst, unterhalb der hier dargestellten gelben Linie können sie auch nicht überleben, weil es dort zu wenig Sauerstoff hat. Insgesamt bleibt da also im Sommer nur ein kleiner Bereich von vielleicht einigen Metern Dicke, in welchem kälteliebende Fische im Greifensee noch leben können. Mit dem Klimawandel werden nun die Oberflächentemperaturen in den Seen zunehmen. Ohne Klimaschutz rechnen wir damit, dass die Temperaturen in den meisten Seen um 3 bis 4 Grad zunehmen werden bis Ende des Jahrhunderts. Mit Klimaschutz rechnen wir mit einer Zunahme von etwa einem Grad. Hier gibt es keine besonders grossen Unterschiede zwischen den Seen, weil diese Erwärmung hauptsächlich durch die Klimaveränderung, also die Veränderung der Lufttemperatur, angetrieben ist. Wenn nun die Temperatur hier am Beispiel vom Greifensee im Oberflächenwasser um weitere 3 Grad zunimmt, dann wird der obere Teil für die Fische, ein grösserer Teil des Oberflächenwassers für die Fische auch nicht mehr bewohnbar. Zusätzlich beginnt auch die Schichtung früher und das kann dazu führen, dass auch im tiefen Wasser der Sauerstoff früher aufgebraucht wird und auch von unten der Lebensraum kleiner wird. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass im Greifensee beispielsweise Fischsterben auftreten werden, was auch schon vorgekommen ist und eventuell in Zukunft häufiger vorkommen könnte. Was auch möglich ist, dass gewisse kälteliebende Arten aus dem See ganz verschwinden werden. Bei den tiefen Wassertemperaturen ist das Bild weniger homogen als bei den Oberflächentemperaturen. In den grossen Seen im Mittelland, hier auf dem Bild rechts dargestellt, werden die tiefen Wassertemperaturen um 2 bis 3 Grad zunehmen ohne Klimaschutz. In den kleinen Seen und in den alpinen Seen ergibt sich nur eine kleine Veränderung. Das liegt daran, dass diese Seen weiterhin dimmigdisch bleiben werden, dass es sich weiterhin im Winter die ganze Wassersäule auf 4 Grad abkühlt und das tiefen Wasser dann 4 Grad kalt ist im Frühling. Und das spielt dann das Klima keine Rolle, es ist so oder so immer noch 4 Grad kalt. Das ist ein ähnlicher Effekt wie bei den Wintertemperaturen in den Fließgewässern, die Adrian Michel vorhin gezeigt hat. Das neue Klima für die Wasserlebewesen, die Frage ist, können Sie sich daran gewöhnen? Manche werden das können, andere werden das nicht können. Sie können das vergleichen, die 3 bis 4 Grad Temperaturunterschied, die wir erwarten in der Oberfläche von Seen oder auch in vielen Fließgewässern. Das entspricht etwa dem Unterschied im Klima zwischen Südenland, hier am Beispiel von London oder Mittelitalien. Das heisst, Sie können sich vorstellen, diese Wasserlebewesen werden sozusagen gezwungen, von Südenland nach Mittelitalien umzuziehen. Und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick verlockend für manche von Ihnen, aber Sie müssen sich bewusst sein, dass die Wasserlebewesen sich nicht direkt an die Temperatur anpassen können. Also Sie können nicht andere Kleider anziehen. Das heisst, Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen von London nach Rom ziehen, aber weiterhin so gekleidet sein, wie wenn Sie in Rom weiterhin in London wohnen würden. Für viele der Lebewesen im Wasser ist das ein Problem und das wird auch ökologische Folgen haben. Und auf diese wird Florian Altermatt im nächsten Vortrag weiter eingehen. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.